Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Zonad Online, Alistation Lycoris. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen wollten. Gebe ich gleich offen zu. Ähm. Äh, verstärken leicht gemacht, andere Quests. Shit, wollten wir wieder Monster jagen? Wir können ja mal nachschauen. Die eigenen Prinzipien. Durchsuche das Zielgebiet, alles klar. Wir gehen mit einem Monster killen. Ähm. Es könnte sein, je nachdem wie lang es dauert, dass es heute ausnahmsweise nur eine Folge kommt. Ich könnte natürlich jetzt erzählen, ich hatte keine Zeit zum Aufnehmen, aber ich gebe es einfach zu. Ich bin in einem Anime, äh, in einem Manga versumpft. Du fängst irgendwann um 7 Uhr an zu lesen? Nachdem du die erste Folge des Animes geschaut hast, denkst du dir, boah geil, wie viel gibt es da schon? Oh fuck, 140 Kapitel. Und dann irgendwann so schaust du auf die Uhr. Oh, shit. Es ist elf. Nur um es kurz zu erklären. Äh, es wird zwei Folgen im nächsten Tag wieder geben. Und wir werden uns heute keinem... 20 Minuten, äh, 10, 15 Minuten Kampf. Warte mal, wir waren jetzt kämpfen nochmal. So. So waren die Dinger, alles klar. Ja, ich habe ein paar Tage nicht gespielt, weil ich... Das ist eigentlich das nächste, was mich aufgehalten hat. Äh, Trace, of course, die zwei durchgespielt haben. Ja, ich habe jetzt eins und das Zweier innerhalb von dem Monat durchgekauft. Ähm, nein, ich bin nicht süchtig. Nein, ich habe nicht an das Dreier gekauft und habe es auch schon runtergeladen. Egal. Jetzt geht es auf jeden Fall um Sword Art Online. Und es sind noch einige Patches schon rausgekommen. Eigentlich gut zwei. Zwei waren es, glaube ich. Und eine Info, was für Fehler auftauchen können, wie man sie beheben kann. Das ist natürlich blöd, wenn... Beenden wir diese Mission. Ja, lass mich doch erst mal zur Mission kommen. Ich hätte auch mich porten können, fällt mir gerade ein, ne? Aber jetzt sind wir... Oh, warte, hier. Äh... Schleuder, jetzt zack. Es gab einige Proble... Es gibt auch... Es gibt einige Probleme, wo es... Komm, ein bisschen Übung muss man machen. Äh... Mit Stellen, wo man nicht weiterkommt. Ich wollte es immer noch, dass die anderen nicht angreifen. Ich habe jetzt noch... Ein Plotstopper und keine Ahnung. Hä? Ich habe jetzt schon wieder... 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 So... Multihorn Teufel. Ja, okay, der war auf 11. Äh... Da lang. Und... Ja, die sind natürlich erst kräftig am werkeln, Dass sie diese Dinger rauskriegen. Diese Probleme und Bugs und keine Ahnung, was nicht alles gibt. Das ist natürlich blöd, wenn sowas auftaucht. Vor allem da auch scheinbar... Einige PCs mit dem Spiel dazu wirklich kompatibel sind. Das ist natürlich immer das größte Hauptproblem von den PCs, ne? Dass immer nicht alles geht. Scheiße, ist das die Stelle, wo die anderen Spakus mal aufgetaucht sind? Das ist unser Ziel, Ronny. Bist du bereit? Oder Ronny? Klar doch, jetzt zeige ich dir mal, wie gut ich den Eingratz-Dick geübt habe. Also los, Teeze. Ich gebe alles, um mich zu unterstützen, Yu-Jun. Wen denn? Das Vieh? Oh ja, es ist das nicht. Oh, scheiße, so 15. Wie konnte ich nochmal alle angreifen? Ah, warte mal, wir können gleich den Druck verössern. Und wie konnte man nochmal so? Ne, kann ich gerade noch nicht. Scheiße, ich bringe mich nicht so weit. Alter! Ich habe den Bruch aber ganz schön weghaut, ey. Und mal schauen, ob die anderen Spakus wieder auftauchen. Gratulation. Und? Irgendwas passiert doch jetzt. Mimina! Lusica! Ja, ich bin okay. Entschuldigung, Ronny, Teeze. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr schützt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr schützt habe. Oh, das cried. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr schützt habe. Und zwar. Soll das? Na ja, wir waren alle frei, also war es gut. Wir haben uns geholfen, das ist wahr. Wir werden jetzt noch besser reagieren, also können wir uns wiederkommen? Ja, natürlich! Wir werden uns auch noch einmal ausprobieren. Wir werden uns auch noch nicht gut, Yuji. Ja, das stimmt. Das war's schon? Okay. Bin ich meinetwegen mit einverstanden. Ich würde ja gerne diese Schatztruhe haben, aber dass dann irgendwie 80er Vieh hier rumrennt, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Noch nicht. Vielleicht sollte ich die Kamera ein bisschen schneller stillen. Oder habe ich das schon? Keine Ahnung. Ich habe doch schon wieder alles vergessen. Raios Antonios. Ah, ne, über den will ich nichts lesen, der nervt. Das ist der andere Spacko, ne? Ja. Gott, diese zwei Arschgeiden. Oh, ich weiß jetzt schon, dass wir die wieder treffen werden, irgendwie, weil, ey, komm schon. Sei mal ehrlich, das zweite Schuljahr geht, ganz über die Spackos. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Was für das? Na, ich bin ja auch nur zwei, oder? Oh, das ist ja auch nicht. Es ist kein Problem. Soll ich sagen, Sie haben eine Frage, die ich möchte? Ja, das war so. Yuujiho-Kirito-Kirito-Kirito-Kirito. Wir haben ein paar Fragen. Fragen? Was ist das? Es ist sehr schwierig, aber... Das, was ich schon vorhin sagte, dass ich mich über die Überschrift verabschiedeinrichtungen für die Überschrift und die Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik. Das ist, was ich will, dass ich das Soba-Zuki-Klinik-Klinik? Nein! Das ist nicht das, dass ich nicht so gut. Ich möchte mich, dass ihr zwei so gut verletzt, und ich möchte mich, dass ich mich sehr gut verletzen möchte. Ich möchte mich, dass ich mich sehr gerne für die Worte, dass ich mich sehr verehrte. Ich bin ein Kind von Freinika, und ich bin ein ganzes Fremier. Ich bin ein sehr guter Mann, aber ich bin ein Kind von Freinika. Wir wissen, wer es ist. Wir wissen, wer es ist. Er ist... 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 Aber... Ich glaube, dass wir die GZEK-Geräusche von Yuzhoy-Semperien zusammengezogen haben, dass wir mit dem Begründeten haben. Was ich gesagt hat? Ja, das ist das. Dass wir die Begründeten nicht gewonnen haben, dass wir die Begründeten nicht gewonnen haben, Soll das? Ich verstehe... Ich verstehe... Ich weiß nicht... Mein Vater hat gesagt... Ich hatte meinen eigenen Betten... Ich muss es so schwer sein... Ich muss es nicht sein, sondern es nicht sein... Ich hatte die Möglichkeit, dass es nicht so schön sein... Ich habe die Kraft für alles, und wenn ich, wenn ich es nicht so freie, Wenn man nicht mehr als Geizek war, dann wird man nichts mehr als Geizek. Der Geizek war ein großes Garten, und der Stöhne hat sich in der Stöhne angeboten. Das ist, dass Geizek der Geizek war, als Geizek, nicht mehr als Geizek zu verletzen? Ich bin in der Nacht und in der Klinik, der in der Klinik, die ich nicht überlebt werde, aber es gibt eine Art von Klinik, die ich nicht mehr überlebt habe. Und ich weiß, dass die Klinik-Gekunsthalle, der Klinik, die Klinik-Jekunsthalle, auch nicht, was mich immer noch nicht so gut gegen Klinik. Ich weiß nicht, aber ich habe noch nie geholfen, aber ich habe noch nie geholfen. Warum kann ich so etwas verabschieden? Das ist ein wunderbarer Vater. Ich will gerne mal sehen. Obwohl ich auch immer, dass ich die Fachkräfte, die Fachkräfte der Fachkräfte der Fachkräfte der Fachkräfte, kann ich nicht sagen. Ja... das ist... dass das nicht so ein Verletzungsgeräusch gibt. Und als女stin, die Schöpfe zu den Begrünen, hat sich viel zu geben. Aber ich weiß nicht, dass es das Fremi-Kaar-Kaar-Karren, die ich weiß nicht. Ich weiß es, dass die Schöpfe von der Schöpfe von der Schöpfe von der Schöpfung-Länen-Linemann nicht nur die Schöpfe von der 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 Schöpfe. Das war's für heute. Ja, das stimmt. Es gibt nur noch einen Weg. Los geht's weiter zurück. Unbeiru, was ich für mich und Euer Christian? Ja, danke. Aber... Unbeiru, was du denkst? Ich sage, dass ich mich nicht zufrieden bin, dass ich mich nicht zufrieden bin. Aber was ist das? Ich glaube, ich habe mich mit dem Körbacher zu tun, aber... Ich habe mich nicht mehr davon geholfen, dass ich mich nicht möglich bin. Wenn ich mich mit dem Befehl aufstehere, dann muss ich mich nicht sagen. Das ist das für mich. Ich glaube, dass ich mich nicht so gut für die Befehl auf der Befehlung. Ach, leider wissen wir, wo das alles hinführt. Also die meisten, denke ich mal, die über das Spiel schauen. Okay. Erstens, ich spreche. Kirito, kurz vor kurzem. Schau mal, schau mal an. Lassen Sie mich. Das ist gut. Okay. Ich bin der Kirito und der Kirito. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito, der Kirito und der Kirito. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito, aber nicht so wichtig, wenn ich die Kirito und der Kirito zu Hause. Ich bin der Kirito, der Kirito und der Kirito. Was ist das, was ich an der Anwesprache für Anwesprache ist? Ich habe ein wenig zu sagen, dass ich den Anwesprache für Anwesprache habe. Ich habe mich vor dem Anwesprache, dass ich den Anwesprache für Anwesprache habe. Ich bin jetzt so glücklich. Aber ich habe keine Angelegenheit, der Erkunde des Verkaufs-Musses hat, dass ich für mich nicht so gut verletzt, was ich? Also, ich bin so ein Wun-Werl. Wenn es nicht anders ist, dann ist es auch ein Wun-Werl. Aber ich bin so ein Wun-Werl, die ich so sehr, was ich an den Böden und es ist. Aber ich bin so ein Wun-Werl. Das ist eine Wun-Werl, was auch ein Wun-Werl. Es ist vielleicht eine andere Wun-Werl, aber... Wir haben nicht in der Zeit, dass wir uns keine Zeit überlegen. Wir haben von J.Z. und der Schottel-Lawin-Pierre mit dem Schottel-Lawin gesprochen. Was? Das ist das, was das? Der Schottel-Lawin-Pierre hat sich mit seiner eigenen Wissen und der Schottel-Lawin-Pierre mit dem Schottel-Lawin-Pierre mit dem Schottel-Lawin-Pierre mit der Schottel-Lawin-Pierre mit der Schottel-Lawin-Pierre mit dem Schottel-Lawin. Nein, das ist aber nicht so. Wenn man das Einzige daran 아니eter, dann muss man vom Schottel-Lawin-Pierre zu verpestigen. Es ist ein wahrer Foto. Einfach ein Foto. Eher kann man das etwas понять, wenn manome Bisal-Pierre mit dem Studieren kann. Aber man weiß, dass es sich diesem Grund von Bisal-Pierre mit der Schottel-Lawin-Pierre mit dem Studieren, muss man als Auskaltel-Lawin-Pierre mit dem Studieren. So, Yuzio, was dieser Wun-Below-Generes hat sich, was der Wun-Below-Generes hat? Das ist... Ja, ja, ich habe es nicht verstanden. Was ist das, Wun-Below-Generes? Hast du das, was ich? Das ist doch nicht so. Was er gesagt hat, was ich nicht so richtig denken. Ich habe keine Ahnung, was ich? Nein, ich habe keine Ahnung, was ich? Ich habe keine Ahnung, was ich? Ich habe keine Ahnung, dass diese Frau nur noch nie gesagt hat. Ich habe es nicht gesagt, dass ich mich nicht sagen kann. Ich habe es nicht gesagt, dass ich mich nicht verletzt habe. Nachdem ich mich mit dem Yurjiro, habe ich mich verletzt, und ich habe mich verletzt, und ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Und ich habe es eine kleine Auge gefangen. Ich habe es schwer, ich habe es schwer. Ich habe es nicht so, dass ich mich an die Hüse auf dem Schlagern hatte, in der die Hüse aufzunehmen, wenn ich mich an meine Füge aufzuse hatte. Und weil ich mich an die Hüse aufzunehmen will, auch ich würde mich an die Hüse aufzunehmen. Was war das wo ist dein Zucht? Bullen-Beal-Do, beginnt es das Begratet? Ahahaha! Was ist so 이상, Dias-No? Nein! Ich weiß, dass... Ich bin sehr gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe mich nicht verletzend. Ich habe mich nicht verletzend. Ich habe mich nicht verletzend. Wenn ich mich nicht verletzend bin, Ich kann nicht sehen, dass ich mich nicht sehen. Kann ich dir die Möglichkeit sein. Ich muss sofort zurückkommen, Yuzhoy. Haa. Das war aber so. Ich dachte, dass ich mich der Bedeutung vor. Das war gefährlich. Ich habe mir nicht gedacht, aber ich habe mir gedacht, dass ich mich nicht so gut verletzen hatte. Ich habe mich nicht so gesagt, dass ich so gesagt habe. Ich habe mich nicht vergessen. Wunbeil war aber auch, dass Laios die Erwachsenen die Erwachsenen aufgewachsen. Also, dass Laios die Erwachsenen die Erwachsenen die Erwachsenen aufgewachsen ist, was ich für mich zu beurteilen? Das war's für mich. Was für ein Schleimbeutel, Alter. Leck mich im Arsch. Das hat mich damals schon im Animieren richtig stinkt, Sam. Oh, oh. Ist das schon da? Ich bin der Vorbereitung von Yuuji-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Ich danke immer. Nein, das ist das. Das ist ein Schleimbe-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Ja, das ist doch. Ja, danke. Ich freue mich. Ich bin der Freikha. Ich habe vor, aber vor allem, dass ich mit dem, was ich mit dem, dass ich mit den Üben und Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Das war's für heute. Nein, ich habe es un schaff, ein ZEAN-SCH. Wenn ein Wan-SCH-Dex zu spielen... Aber das ist alles fertig. Ich wollte ihn nicht so ohne zu Sebastian. Das war's, und ich habe noch nicht so einen ZEAN-SCH, so zu sagen, ich habe es sehr schwer. Aber ich habe mich als ZEAN-SCH, verabschiedet haben, und ich habe es nicht mehr gesagt, Ich glaube, war das so. Ich habe schon gesagt, dass es die Mutter von der Köhne und der Köhne bergeleitet. Ich habe auch gedacht, dass das mit dem Team der Köhne und der Köhne von ihrem Haus. Ich glaube, dass es mir so ist. Ich habe das gedacht. Herr Yusio. Ich habe mich wirklich nicht mehr Gedanken gemacht. Was die Mutter von der Köhne von der Köhne von der Köhne, war das awful, dass es sein. Es ist egal, ob es keine Angst oder Angst ist, ob es keine Angst, aber wie kann ich das so sein? Kirito hat gesagt, dass die ZDF nicht mehr aufzuhören, aber ich finde, dass die ZDF nicht mehr aufzuhören. Ich glaube, dass die ZDF nicht mehr aufzuhören, dass die ZDF nicht mehr aufzuhören soll. Ich bin nicht sicher, sondern ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so richtig und in der sich die Menschen zu retten. Teezen? Ich bin sehr stark. Ich bin sehr stark. Ich bin so richtig, dass ich mich nicht so richtig sagen muss. Ich bin sehr stark. Ich kann mich nicht so richtig und ich kann mich nicht so richtig retten. Mir gefällt der Weg nicht, wo es hinführt, wenige Tage später.